So, Frau Leifert-Hadenbeck. Als erstes müssen wir Ihnen mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Lass uns schon mal einen Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gern mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von dem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit. Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt's einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Verlassen wir den Plural. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada! Verschmini! 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 Ja, das ist niemals. Verschmini! Je nehm, W martial?